Hört nur, wie es unten kocht und braust. Richtig, es braust. Ich kann nur nicht unterscheiden, ob das im Brunnen oder in meinem Kopf ist. Greift an! Greift an! Entweder bin ich so stark oder der Stein ist so leicht. Auch mir kommt es vor, als ob von unten jemand Hilfe. Habt ihn gefasst! Auf! 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 Auf!